das letzte mal hatte ich sag mal das letzte mal aber wollte ja ich sagen mit der das letzte meister total egal ja hier speichern doch noch mal so cool ja jetzt was wir jetzt in der zerstörten halle alles gut ja die spieler ist an dem handy rum ja ich musste auch lautlos machen ja warum das davor nicht auch lautlos nein ich habe gerade nicht den haben wir gerade darunter geworfen aber erlebt noch ja sieht so aus und ist jetzt wütend ich war die richtung schwarzer magier ja ich und dann tötete eben an das modus der kann zauber der hat das was die telekinetische kräfte ich so jetzt gleiche boss noch mal so eine art aber das war doch ganz unten wieder steile werfen du kannst wechseln zu joshiro zu du weißt schon gehen ja ich bleibe da auch noch zu springen scheiß hier kann man das auch nicht vor der ist ja langsame das ist so hast du es mir aber es war schlechter geworden der war viel einfacher als davor wir haben jetzt viel bessere stärkere ich meine ich habe das charakter die mehr schaden machen hast du jetzt zum mond als du weißt schon jetzt ja so guck mal ich hätte ich kann dass ich nur an mich geklammert ja ja aber betern hat uns gerettet ja das ist freude sein ich hasse dich okay ich habe mir was mich mal gerade gefragt ob du freundes sein wollen ja du hast mich war doch klar ja stage gemeistert das war aber eine einfache stage ja das waren jetzt drei minuten gebraucht hat ja es ist ein fliegender roboter der denke es an all die armen robs die daran verreckt sind für diesen plan und der fragt sich ist es wirklich so viel wert meine menschlichkeit meine roboterigkeit dafür aufs spiel zu setzen ja ja voll traurig ich frage mich wenn du spielen ich weiß auch nicht und jaschi keine ahnung was war die falsche melodie ich weiß es ist ja ich bin nicht so viel wert ich hab mir gedacht ich bin ich bin stärker wenn du es ist ja nicht ich bin stärker wenn du es ist ja nicht ich merke schon dann gehe ich ja überhaupt so und bald bin ich ja auch guck mal die lindt hoch jo ein schwerthoffel schau mal die 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 Ganz normal vorgehen, danke. Fuck you! Das hat die nicht mal gekillt. Ja. Ey, war auch wieder weg zu hauen, du denkst mich ja. Oh, äh, mega Kirby. Du bist auch nicht cooler, wenn du groß bist. Guck, ich bin großer Stein. Krass. Wow. Ein Elefant! Ja, wir haben Elefanten! Wir haben gewonnen, wir haben Kampfelefanten, weißt du wie cool es ist? Ja. Geh doch vor, Mann. Nein, die Kamera ist zu langsam, da muss ich auch langsam sein. Nein, ich meine nur von mich. Ich bin jetzt nicht mehr da. Das hast du dir kaputt gemacht, schon wieder. Das nächstes geht der Boden kaputt, nur wegen dir, weil du so fett bist. Ja, wahrscheinlich. Wo kommt die denn her? Ihr Drecks sicher. Frag sich. Wo kommt ihr her? Aus Schlumpfhausen bin es her. Aus Schlumpfhausen? Ja. Mega Kirby! Warte, warte, wir wollen hier lang und dann raus. Und ein Secret. Warte, zuerst ein Secret. Okay. Secret meine ich natürlich. Punkt! Alter, das war fertig. Ich hatte viel mehr Spaß. Warte, kann man nicht aufladen? Was? Den kann man nicht aufladen? Oh, nein. Jetzt tatsleben, kein Sinn mehr. Aber man kommt hier einfach nur wieder hoch. Oder so. Hey, das geht einfach mit uns mit. Das ist aber nett von denen. Naja. Bin ich jetzt tot? Ja. Nein. Natürlich nicht. Ach so, dass du jemals sterben. Du bist viel zu gut, um zu sterben. witz des jahres ich weiß bin ich nicht lustig der hammer den kann ich jetzt öfters benutzen was er cool ist das ist eigentlich der von könig ddd einfach geklaut hier was soll es man wieder autoscrollen bei war deswegen mir klar nein ja warum konnte man nicht angreifen also sich fett gemacht hat hier soll es irgendwie bedeuten dass fette irgendwie kein schaden können das ist eine falsche nachricht weil dann denken sich die leute ich werde jetzt auch sofort fett das schlimme ist die stessen das böse lassen nicht mal die nachher sondern wenn man oben drauf bleibt oben drauf bleibt bei der stadt und dann hoch geht gegen die wand und jetzt darf ich jetzt spielen das wird die gegner ist tot darf ich auch mal wieder leben gehen jetzt sagen brenzlig das maxi tomate in den stacheln jetzt das ist geschafft ja da war er noch kommt der her der überlebt doch einfach stacheln einfach hier den sternstern um in zertar auch absichtlich nicht ja das ist so natürlich absichtlich ich muss ja irgendwie gleich bleiben hier mit einem Prozenten du musst ja gleich behindert sein wie du und das geht durch dich ich fliege flasster ich fliege flasster scheiße ich fliege flasster ohne ich würde mich drücken oder auch nicht komm mal die Attacke gibt es nicht nur in Smash 4 die hier äh ja ich weiß schon warte gibt's doch warte die gibt's doch vielleicht oder? ich verwechsele gerade jetzt verwechsele ich schon die Spiele voll schlimm das geht eigentlich rot und reichs vogel nein die sterben ja das ist doch secret wo bin ich wo bin ich wo bin ich du bist tot nein doch wir sind nach oben tot gestorben geflogen wow fast ich bin davor schon irgendwo Yoshi nicht sterben okay jetzt haben wir das Aua wenn ich sterbe haben wir verloren geh voran ich kann nicht voran ach gut Wann fährst du das? weißt du das? ja das ist ja wie hör auf damit das macht ihr doch schon die ganze Zeit ihr soll aufhören damit nein die darf das jetzt richte ich auch die die Dinge Alter die war voll schlimm ja die stellen sich jetzt einen auf den Tod man traurig boah noch ja fliegen aaaah hmm sieht irgendwie süß aus ja dieser genus reitier dieser dieser jetzt winken sie dieses ausrotten von der kompletten Rasse sieht echt süß aus ja ne ich mein was wir gemacht haben echt schlimm echt schlimm stage gemeistert seilix soda und bombofant ja 38 guck mal wir sind erst in Minute 10 wir sind voll gut geworden ja ja wasserfall ja jetzt gibt es einen wasserfall und du bist bestimmt in den fox oh oh fox war mal main also in ja das gibt mir nicht nein das ist eh nicht mehr mein main oh meine ahne ja hui ich bin ein Affe ich bin der mein Vater ich kann mit meinem Schweifel greifen mit meinem großen dong 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 mit einem meine Pädels pahra 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 man die sehen immer so süß aus und einfach so böse hui 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 oh gott haben wir den drüge sie ähm wie kommen wir da runter durch das secret luke ping ey okay ähm wie hast du ah okay da bist du ich dachte schon du wärst es wär Geschichte um dich gedings dukst das tut mir dachte du wärst Geschichte das ist ja echt schlecht weil ich bin kein Fan von Geschichte äh äh oh oh gott verdammt bloß 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 ja das du hast schon überlebt okay huah ich kann ja nicht wegen dir leiden ich äh ähm ähm geh weg Kräckschiene Mann oh was oh 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 wow 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 Julia ich will hier drauf landen ähm ähm ich hab Angst vor dem Gegner boah das ist ja richtig hässlich hier äh äh weg hier scheiß Gebiet echt jetzt was war das keine Ahnung es war echt schön oh man hier dann ne Prozent leuchten ja gell hab ich mir auch da hui scheiß so viel geht uuuuuh uuuuh weil die Kamera nicht mit mir mitgeht du da ist ein Ding was mich abgeschossen hat hätt ich doch rechts gehen können was hätten wir gebracht nichts dann wärs nicht wieder zurück geflogen ja aber da hat mich irgendwas abgeschossen uuuuuh 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 uuuuh uuuuuh hier nehm endlich das scheiß Herz ich mag dir nicht die große gut sterben warum lebst du euch schon wieder du trägst das ist gefährlich aus hier ich hasse es scheiß dreck ich spiele fox wird es sonst kann ich da nicht lang hüpfen weil ich zum dumme mit den komischen zu hüpfen okay hier muss ich auch was man kann ja gar kein rechts weh und warte ich muss das aber ich musste ja zum thema du spiel hat schon fast wieder ein tod gehört nein du kannst dich ja so leicht retten was soll denn es denn ich will auch warum kommst du wieder vor mir einfach schrecklich schrecklich ich denke doch manchmal ganz toll mit dem doofen kuppa dieser dreckigen dreck wie ich ja heim sich immer auto 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 mein auto kannst du dich noch an mein auto erinnern du warst ganz schön behindert als kind ich war einfach nur cool ja das so kann was aussagen autokamera sagt es auch genau deswegen wartet man normal ist auf die doof auto kamera aber ich kann verstehen wenn man nicht auf die warten will ja ich auch weil ich die 24 7 autokamera mit ihr habe da habe ich 24 34 ja wenn du wenn ich die kamera hat dann musst du nicht auf die kamera warten weil die kamera cool ist ich muss ein secret sing song singa der ring dinge da da ding aber dung genau wir müssen ein secret song machen Ein Secret Song of Secret Ness. Nein, du darfst alleine machen. Nein, hör auf. Hallo, ich drück doch Plus. Cool, dass du Plus drückst. Das bringt dir noch nichts. Ah, tot. Unser schönes letztes Leben. Hi. Hi, hi. Unser schönes letztes Leben. Ja, ihr habt geudet. Und? Heulet. Doch, ich heulet. Okay. Ich tröse dich aber nicht. Ich hasse dich. Warum hasst du mich? Weil... Nein, natürlich. Ach so. Ich dachte, du wärst meine Schwester. Nein. Da war mir nicht dann Wudo und nicht so. Oh mein Gott. Oh. Einfach mal vernichtet hier. Und ich hab ihn vor nicht. Wir wollen den nicht mehr drin haben. Wir töten ihn einfach. Guck, ich bin cool. Vollzeitlich ausgebildingst. So cool. So cool. Und du nicht. Hahaha. Ja, aber dafür... Die teilen sich nur noch so komisch. Dafür kill ich dich jetzt. Pass auf. Aber... Brrr. Wow. Oh mein Gott. Ein Affe. Der einfach aus Antiteilchen gemacht wurde. Das ist ein Anti-Affel. Krass. Ja. Hm. Wer könnte das nur sein? Es ist... Ein Papagei. Nicht ganz. Das ist kein Papagei. Das ist Falco. Es ist Falco. Mit der geilen Brille. Boah. Voll, voll... Schub, 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 schub. Der hat voll die coolen Auftritte. Der ist so voll... Normalerweise ist der immer voll arrogant. Und ich bin nur ein cooles... Das ist auch Falco. Ja. Oh mein Gott. Ein böse Affe. Wollte jetzt lieber wieder lieben. Nein. Nein, wird ein bisschen groß. Aber... Aber du die, die in Erlebnis. Oh, süß. Hast du es gesehen? So, willst du Falco oder Fox? Ähm... Mega, suchst du dir aus. So, passt. Ich will mich, ich will mich testen, Falco. Wann bist du jetzt die Achso? Ich will ja gar nicht dir die Kopfhubs. Nein, da steht ja zwei drauf für zwei. Ja, ich weiß. Und auch Falco ist ne 1 für 1. Rot, rot. Ich hab nur auf Rot geguckt. Aber da ist ne 1 und ne 2. Oh Gott. Hätt ich ja gar nicht gesehen, Artie. Oh, deine Höhe. Oh, was sind jetzt klein, nur weil der so groß ist. Oder sind wir schon immer so klein, ne? Ne. Wir sind immer so klein. Nee, tut er auch nicht. Oh, oh. Oh, oh. Bin ich jetzt tot? Der hat uns einfach mal gewonnen, der Pisser. Mit seinem Scheißstab? Nein, mit dem Down Smash. Alter, du trägst Pisser. Geh dich. Ich mach dich. Alter, ich schlafe schon wieder nur fast. Oh, nee. Der braucht nur 1 Smash und ich bin am Arsch. Ja. Bei mir auch. Wow. Ah. Jetzt hat er mich getreten. Wer hat das dann auf ihn? Er hat mich getroffen. Aber jetzt hab ich getroffen. Glaube ich. Ah. Oh Mann. Was geht eigentlich ab? Der macht 1 Smash und man ist so Wonnel. WTF? WTF? Willst du es doch mal versuchen? Nee. Nee. Spiel scheiße. Ich geb auf. Ich bin jetzt. Ich werde jetzt zur Nonne und tue alle Sachen, die aus der Hölle kommen, wie Videospiele nicht mehr spielen. Töte den Pisser, bevor er Eier legt. Nö. 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 Schon allein gegen den Satz. Nö. 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 Ich seh auch nicht. Jetzt seh ich nicht, was ich mach. Jetzt ist es wirklich so. Ja, weil der ist so fetisch und wir wissen winzlinge. Nur weil der ist so fetisch. Es ist so krass. Wir sind so klein wie diese Männchen da. Du nehmst ja noch. Klebt nicht. Doch. Jetzt lebe ich. Ja, aber ich mein, du lebst. Achso, es gibt noch ein Leben, als ich damit. Ja. Das dumme ist halt, dass wenn du stirbst, dann ist es eher, also... Ja, dann kill ihn, bevor er mich killt. Ja, ich versuch's nicht. Sorry, da sehe ich ehrlich. Hä? 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 Okay. 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 Aua, tot. Fuck yo. Fuck yo. Fuck yo. Ich muss hier fertig machen, Mann. Ich dachte, der läuft weg. Was? Nein, du lebst noch. Ja, okay, du hast auch ein bisschen viel Prozent, also ich war jetzt schon unverständlich, dass du so weggeflogen bist. Ich hab kaum Prozent, der hat viel. Achso, du bist Falco? Nee. Achso. Ich bin der große Affe, der dich getötet hat. Ja, ich hab nur auf die große Prozentzahl geachtet und dachte. Huh? Huh? Fick dich! Okay, wir sind schlecht. Nein, der ist unfair. Und wir sind schlecht. Was? Dann bin halt ich schlecht. Kannst du dich auch verweinigen. Mann! Alter! Nein, der ist unfair, weil er uns one-hitten kann. Ja. Und der macht, was hat, was ist gerade eigentlich ein... Alter. Ja, da auch so rumzuhüpfen, Alter. Und der ist einfach, die Kamera in mehr mag als uns. Hast du das kaputt, das brennen macht? Das warst du. Ich? Ich? Ja, du hast oben wehgemacht. Oh, wusste ich gar nicht, dass ich sowas kann für's. Dass ich so krass drauf bin? Oh nein. Oh nein. Oh, der hat das Läserschwert. Sagt dafür, dass es dich da hat. Wie denn? In dem du ihn schlägst. Okay, der hat's nicht mehr. Hab's schon klar. Er hat's wieder. Warum kriegt er eigentlich nur der das? Wollen wir das nicht haben? Oder können wir das nicht? Wir können's auch haben. Warum haben wir das nicht aufgesagt? Ach, Mann. WTF? Ah, du auch. Bleib an. Nee. Ich hab's gleiche Schwert. Stimmt doch. Ich hab's gleiche Schwert überhaupt. Doch, ich hab's. Wann bin ich? Ich bin hier. Ich bin deren klein. Ich bin genau so ein dummes Öffchen. Der hat den Stab da. Oh, 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 der hat den Stab da. Stimmt doch nicht. Weil der ist ja klassisch. Ich nehm jetzt das und werf's nach ihm. Jaaa. Was war das für ein Dreck? Mann. Ja. Ja. Doch. Haben wir ja gut gemacht. Ekelhause, ey. Guck mal, wie er da steht. Ha. Oh Mann, ich bin so cool. Guck mal, wie cool ich bin. Das bist du nicht. Du bist Fox. Scheiße. Ich wär... Nee, ich war später bei der. Ja, weil du verreckt bist. Ich war der auch manchmal. Ja. Aber ich bin cool. Aber ich will den trotzdem nicht sein. Ich bin... Du bist der Furry. Du bist ein real-life Furry. Du stehst auf sowas. Okay. Du bist einer von den Hardcore-Furrys, wo auch sexuell auch so was steht. Oh, das sieht ja vergleich aus. Ja. Das sind Pilots. Bin ich jetzt tot? Nein, hier ist Wasser. Cool. Dann mag ich Wasser. Piu. 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 Obwohl Wasser eigentlich immer scheißig. Oh oh. Von den Teilen auf dem Boden müsstest du aber auch vielleicht ein bisschen aufpassen. Ich passe immer auf, Mensch. Was denkst du von mir? Hä? Wann bin ich jetzt gebrand? Hä? Was war was denn? Hey! Aua! Fuck you! Das ist ein Pilz. Guck mal, das war voll gespielt. Ja, Mann. Einfach durch. Nein, 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 nein. Da war Seraphs Security. Scheiß drauf! W heading! Okay, geschafft. Oh man! Hey ganz. Oh, man! Wie lange geht die schon? 23 oder 24? Okay cool, cool. Aber wir wissen, wir können ja nicht in der Mitte von einem Level und so aufhören, das wäre ja nicht gut. Blüss, blüss, blüssi, blüssi. Boah! Das ist ja echt das 기ressy. Hm. ich wollte zur seite das ist gut gebraucht du bist du und gehst hoch zu den stacheln du bist ich habe gar nichts gemacht das war alles automatisch ich will nicht wieder gegen krokos die die king king kong spielen frauen kommen da komische pflanzen tentakel aus dem boden raus ist nicht ein klein wenig die natur die nutella tour ja okay ich frage mich noch ich habe mutter natur gesagt du hast nutella tour gesagt ich bin nicht voll der rassist gegen nutella das ist nämlich dunkel und alle drucken sachen hälfte Prozent das war natürlich nicht ganz gemein ja 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 ich sehe das nicht raus ich hab'n Kumpel der Spaß also darf ich sowas sagen okay ich brauche noch irgendwie einen chinesischen Kumpel oder so kann ich chinesen Witze machen oder japaner ich hatte auch so nein verstehst du es nicht au genau die Rakete ist einfach aus dem Nichts gesprungen nein der Kugel Willi das ist eine Rakete das ist kein Kugel Willi weil es eine Rakete ja das ist ein Kugel Willi BANG boah alles überall auf dem ganz Bildschirm überall Pizza und Ding wo sie in der Hand weiß man weiß aber nicht woher kommt nicht sterben ja ich hüpfe in dem Spiel und endlich warte 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 ist nichts Aua Gumba doch einfach da rein okay Ja geschafft echt ja das ist eine goldertür das ist aber das ende ich habe mich drauf wir müssen die stadt herr fesselt ja sicherheit sonst wäre die 100 klug müsste jetzt nicht runter fliegen weil dann wasserfall ist und so weiter getrieben werden nein wie liegt es einfach so nach oben jetzt denkt doch nicht an die physik mario und joshi jetzt beendet mal die folge ja wir sehen uns beim nächsten mal salami brot und schinken